Phase 6 von 9. Besiege Cerberus, um seine Fähigkeiten im Fährtenlesen zu erhalten. Also Cerberus findet ihr hier bei Grimgate. Ihr müsst hier mit der Startwende reagieren, um ihn herauszufordern. Jetzt spawnen die Wölfe von Cerberus. Zuerst müsst ihr die Wölfe eliminieren, erst dann spawnt Cerberus selbst. Eliminiert dann Cerberus. Sobald ihr Cerberus eliminiert habt, habt ihr diese Phase des Auftrags abgeschlossen.